Ich freue mich, dass Sie heute alle da sind und wir werden heute etwas erleben, ein Fest und vor allem auch eine performative Ansprache von Milan, denen ich wirklich für diese Idee dankbar bin und wirklich so Feuer und Flamme bin für das, was es ist, weil für mich Kunst nicht Wohnzimmerdekor ist und schöne Bilder oder irgendetwas anderes ist, sondern für mich sind Zeichensätzen das Wichtigste. Und man denke nur im 20. Jahrhundert an mal ewig das schwarze Vertrag, man denke an das Original von Marcel Duchamp. Die Frage ist, dass Kunst ist eine sehr leichte Antwort, ja selbstverständlich. Wir reden ja heute noch davon. Es ist in die Welt gesetzt worden, es ist diskutiert worden über 100 Jahre mittlerweile und es ist immer noch aktuell und ich möchte heute auch, glaube ich, feststellen, dass wir hier einen Künstler haben, der auch Zeichen setzt und auch etwas tut, um innerhalb der Kunst und vielleicht auch sogar innerhalb des Lebens etwas zu verändern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bedanke mich bei allen, die heute hier sind. Bravo! Oh! Bravo! Oh! Oh! Vielen Dank. Antifaschisten, Antinationalisten, Pazifisten und Humanisten sind heute die überzeugten Demokraten. Die Menschen sind verschieden. All die Interessen, all die Kulturen, die Sprachen, all diese Unterschiede machen es unmöglich. Sagen Sie, eine allumfassende Zufriedenheit ist zwischen uns nicht möglich. In ihren Ohren klingt es dann esoterisch. Allumfassende Zufriedenheit. Auch die Geschichte steht auf der Seite der Demokraten. Ihre Geschichte hat Ihnen angeblich gezeigt und bewiesen, dass das so ist. Eine allumfassende Zufriedenheit ist undenkbar, sagen Sie. Und fügen noch hinzu, dass es auch sehr langweilig wäre, hätten wir alle die gleichen Interessen. Das wäre sogar Totalitarismus, sagen Sie. Und so wird die Angst von der allumfassenden Zufriedenheit selbst geschürt. Totalitarismus. Totalitarismus. In einem Satz sage ich, wenn die Empathie funktioniert, wird es keine Demokraten mehr geben. Und frage mich, stammt die Demokratie von gleichen oder von diametralen Interessen? Sind die Demokraten vereint im Missverstehen der Demokratie? Sind die Demokraten vereint im Missverständnis an sich? Wird die Natur zum ersten gemeinsamen Interesse aller Demokraten weltweit? Ein präzises Instrument. Eine neue Erfindung wird hofft. Man glaubt an die Wissenschaft und vor allem an die Wirtschaft. Sie vergessen aber, dass die Verehrung der Tücher, das ist die, der Göttin des Schicksals, der Glaube an den Zufall und der Zweifel aufs Selbst an der Entscheidungsmacht die Tyrannei herbeirufen. Es wird nichts Neues kommen. Weder der Fund aus dem Labor noch neue Schulden werden zur Erlösung führen. Spas heißt es auf Mazedonisch Erlösung. Durch die Rettung der Natur rettet man nicht den Menschen. Ich wiederhole. Durch die Rettung der Natur rettet man nicht den Menschen. Nicht die Natur, nicht die Wälder, nicht die Luft, nicht die Bienen, nicht die Tiere, auch nicht die Insekten. Die Menschen leiden. Ja, die Menschen leiden. Die Ausbeutung der Menschen zerstört die Natur und das war seit jeher so. Mit dem Anstieg der Ausbeutung steigt die Zerstörung. Nur Sklavenarbeit hatte und hat eine zerstörerische Wirkung auf die Natur, die dann Kulturen vernichtete und vernichtet. Es war aber immer der Mensch. Es war immer der Mensch. Nicht die Natur, nicht der Sprache, nicht die Rituale haben Naturen und Kulturen zerstört, wie es oft von Archäologen und Historikern verwechselt wird. Die Intensivierung und die Übertreibung der Rituale ist und war doch immer ein Zeichen der Verzweiflung und der Machtlosigkeit. Die Aktualität hat es uns gezeigt. Die in Demokratien versammelten Völkertreffen Entscheidungen, die wetterabhängig sind. Ich wiederhole. Die in Demokratien versammelten Völkertreffen Entscheidungen, die wetterabhängig sind. Die Überzeugung, dass die Entscheidungen bloß von Demos von uns getroffen werden können, hat sich als falsch erwiesen. Mut der Natur spielt wieder einmal eine wichtige Rolle. Sie lässt sich nicht mehr diskriminieren. Es scheint uns, dass auch Sie, die Natur, rasch in die Entscheidungsprozesse integriert werden muss. Die Klimaerwärmung schwebt über uns und der Himmel wird uns bald auf den Kopf fallen. rufen Sie im Chor. Sie muss mitentscheiden. Die Rückkehr zu Natur ist der Zweifel an der Demokratie. Die Rückkehr zu Natur ist der Zweifel an der Demokratie. Um genau zu sein. Und ganz konkret, durch die Verarschung der Armen rettet man nicht den Planeten. Vor der Stimme der Natur soll die fremde Stimme in der Agora kommen. Sie soll endlich gehört und reflektiert werden. Das Fremdengeschichte und Fremdengeschichten zu misstrauen und sie miszuverstehen. Und wenn ich sage, dass die Demokratie ein Aberglaube an die Macht der eigenen Sprache ist, dann meine ich, dass diese die Kräfte verloren hat. Die Demokratie spricht nun eine andere, eine undemokratische Sprache. Um den Bambaren. Zu imponieren. Wie in dem Gedicht von Konstantinos Cavafis, dem Poeten aus Alexandrien, der schön und klar gedichtet hat. Ich werde das Gedicht jetzt vorlesen. Die Bambaren erwartet. Geschrieben 1920 in Alexandrien. Was erwarten wir auf dem Markt zusammengedrängt? Dass die Bambaren heute eintreffen werden. Warum eine solche Untätigkeit im Senat? Was sitzen die Senatoren und gesetzgeben nicht? Weil die Bambaren heute eintreffen werden. Was für Gesetze werden die Senatoren noch machen? Die Bambaren, kommen Sie nur, werden Gesetzgeber sein. Warum erhob sich unser Kaiser so früh und sitzt an der Stadt der Habens dem Tor hoch auf dem Thron, als Herrscher die Krone tragen. Weil die Bambaren heute eintreffen werden und der Kaiser wartet darauf, ihren Häuptling zu erfangen. Besonders bereitet er ein Pergament vor zur Überrechnung. Darin ließ er jenen mit vielen Titeln und Namen einschreiben. Aber warum erschienen unsere zwei Konsulen und die Prätoren heute mit den roten, mit den bestickten Togen? Warum lehnen sie Anwender an mit so vielen Amethysten und Regen mit hellen Blitzen und Smaraggen? Warum mussten sie heute kosmare Stäbe ergreifen mit herrlich gravierten Silber und Goldberg? Weil die Bambaren heute eintreffen werden und die Blüten beim Schuelsprüfen und Wolken sehen. Warum auf einmal dass diese Unruhe ausbricht und Verwirrung die Gesichter, wie ernst sie wurden. Warum leeren sich so schnell die Straßen und Plätze und alles strebte die Häuser sehr nachdenklich? Weil es nackt wurde und die Barbaren nicht kamen und Leute trafen ein aus dem Grenzbezirb und sagten, dass es Barbaren nicht mehr gibt. Und jetzt, was so eine Barbaren aus uns wird? Das Klima hat sich verändert. Die Migranten, die Fremden sind nun die Barbaren. Die Grenzen sind wiederhergestellt, die Demokratie verteidigt und gesichert. Gott sei Dank freut sich der Demokrat. Ich erinnere aber, dass diese Verwechslung eine Entscheidung ist, aber nie eine Lösung war. natürlich, die Stimme des Volkes ist das, was gezählt wird und was zählt, aber ist nicht die Stimme des Volkes die Stimme der Barbaren selbst? Ich wiederhole, ist die Stimme des Volkes die Stimme der Barbaren selbst? Ist uns alles klar und deutlich? Haben wir uns missverstanden? Haben wir uns geirrt? Haben wir uns verwechselt? Barbarei ist Selbstbetrug. Die Täuschung des Selbst das Barbarische. Barbarei ist die Verwechslung und die Zerwertung von allem. Die Lüge und die Wahrheit die Kultur und die Natur Glaube und Aberglaube überreden und Erkennen Freundschaft und Arbeit Barbaren und Fremde Diktatur und Demokratie Totalitarismus und die allumfassende Zufriedenheit Alles wird vertauscht und verwechselt und genau diejenigen die die Welt selbst verwechselt haben und verwechselt all die die das andere verscheut haben um den Disput zu ritualisieren Opferten Opferten auch die Empathie Misstrauen dem Mitgefühl und erzeugen Alternativlosigkeit Selbstschuld und Hoffnung Alternativlosigkeit Selbstschuld und Hoffnung und wenn man über sie spricht dann muss man auch an die an die Christen denken an uns sagen jene die den Toten bejubeln jene die die verderblichste aller möglichen Entscheidungen feiern vergöttern und vergottet haben sie sagen ja es könnte für uns für alle besser werden aber das Volk hat demokratisch entschieden und dagegen gewählt es würde aber angeblich auch falsch gezählt ja das ist doch unsere Geschichte war das die allumfassende Zufriedenheit ist das etwas göttliches fragen mich auch die Demokraten die Verwechslungen das ist das gefährlichste nicht das göttliche nicht die Götter nicht der Totalitarismus nicht die Dämonen nicht die Barbaren auch nicht die Wirtschaft oder das Kapital selbst nicht die Lüge nicht die Natur nicht der Tod nicht das Fremde nicht die Terroristen der Islam das Unbekannte oder das Ungehörte auch nicht das Unaussprechliche die Verwechslungen selbst das ist es die Verwechslungen regen die Natur auf dann schlägen sie zurück und dann weiß man man ist versklavt wenn die wenn man denkt dass die Natur leidet und wenn man sie nicht mehr erkennt dann ist es soweit du bist versklavt und weder Christ noch Demokrat die Verwechslungen sind es und dann muss man lachen verwechslungen 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 Na, 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 bitte nicht, na, 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 bitte nicht, sicher nicht, sicher nicht, na, sicher nicht, na, bitte, na, bitte, hör auf, na, bitte, hör auf, jetzt ist es, bitte. Heiduf, bitte gib eine Sekunde, ruh, ruh. Heiduf, bitte gib eine Sekunde, ruh, 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 ruh. Heiduf, bitte gib eine Sekunde, ruh, ruh, ruh. Heiduf, bitte gib eine Sekunde, ruh, 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 ruh Keine Zauberbrüderinder, du'snib oder streng gib dein, Aller Menschen, wir den Brüder, in deinem Land noch Blüder war. Aller Menschen, wir den Brüder, in deinem Land noch Blüder war. Aller Menschen, wir den Brüder, in deinem Land noch Blüder war. Applaus Bravo! 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 Oh! Bravo! 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 Nochmal, bravo! Hurra! Hurra! Bravo! Bravo! Passt! Hamas! Dankeschön! Bravo! Bravo! Und jetzt der Haiduf Gernroos, den ich vorher aus der Szene rausgeschmissen hab. Hör mir nicht rausgeschmissen! Na, aber du hast dich eingedrängt, hast dich eingedrängt. Aber oben, 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 oben. Warte Sekunden. Warte Sekunden. Ich kann unten aufstehen. Ja, sehr gut. Bravo! Bravo! Es geht darum, dieses Erreignis heute zu dokumentieren. Ich dokumentiere Wort und Zeit als Dank an die großartige Rede und die Vorstellung seines Buches von Milan Mialkovic von Mazedonien über die allumfassende Zufriedenheit. heute, am 27. September 2019, um ca. 20 Uhr, in der Gallerie, Philipp Konzet in Wien. Danke! Bravo! 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 3 2 2 1 1 1